Ja oder die Leute schreiben halt noch alle Fifa rein und wir haben ja auch erst eine Runde gespielt. Ja wie machen wir das dann los? 1x1, finde ich auch gut. Ihr könnt natürlich auch an 1v1 spielen und sobald du ein Tor schießt, kannst du mir eine Stelle geben. Ja, ich werde keine schießen. Ja ist genau so unwahrscheinlich wie der Torwart von meiner Mannschaft beim Elf gegen Elfen Tor schießt. Also nur du gegen mich oder was? Und wenn ich 10-1 lose... Kein Tor machst? Lass es, lass es. Kevin, wenn ich gegen dich gewinne in Fifa. Ich glaube, das ist nicht so unwahrscheinlich, oder? Kevin, wenn ich gegen dich in Fifa gewinne, das ist eine Stelle. Ja ok Föße, setz auf. Wenn die Leute es sehen wollen, dann spielen wir noch eine Runde in Fifa. Föße gegen mich, wenn ich ein Tor schieße, kassiert. Ja, dann schnappt ihr den zweiten Torwart. Ja, was spielen wir mit Dortmund gegen Schalke? Äh, du musst mir jetzt wirklich auch zumindest ein bisschen beistehen. Also, ich würde ein Team nehmen, was auch halbwegs gleichend ist. Aber nicht Schalke, weil ich da mein Dünnsamm verwende. Ja, dann nehme ich Udinese. Udinese ist fair, oder? Ähm, ja, klar. Guck mal, ich bin überall schlechter, hab einen Stern weniger und so weiter. Pass auf, ganz kurz. Fassen. Fassen. Ja. Schießen. Flanken. Ja. Lopp. Oder durchpassen. Rennen. Rennen ist, äh, R2. Ja. Okay. Ja, alles klar, hab ich. Okay. Übernehmen Ostrom-Wieler. Was? Ostrom-Wieler, scheißweiß. Rätsche? Ja. Rätsche. Also faires Tackle. Faires Tackle, Rätsche. Okay. Faires Tackle, Rätsche. Ja, dann, äh, auf geht's. Challenge for S Nummer 2. Challenge for S Nummer 2. Scheiß die Wand an. Äh, du musst mir gleich mal sagen, welche Binks ich bin. Bin ich die... Du bist so rot, ne? Ja. Warum ist man hier im weiteren Sturm? Das ist, äh, Gargamel. Ibra. Ach, das ist Ibra, Ibra. Ja. Äh, warum... Äh, äh, nee, nicht warum, sondern... Wie? Wie? Ja. Ich wünsche ich die Spieler, so... LB. Bitte? LB. Sag mal bitte mit 1 oder 2. Was? L1 oder L2, oder? L1. L1, okay. Boah. Okay. Die Natale. Schon mal Warnschießen hier. Mhm. Okay, L1. Ah, okay. Jetzt, L1. Ja gut, ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Ich mag ihn, sag ich. Mhm. Das riecht nach einer Runde Trials nach dieser FIFA-Runde. Oh, ja. Oh, ja. Oh, oh. Jetzt, komm schon los, komm, boah. Ja, ich hab eigentlich... Komm. Oh, okay. Okay. Föße weiß, dass ich da bin. Ja, ich hab ja so verteidigen. Wir können uns betty-goals machen, aber... Ja, ich hab ja so verteidigen. Wir können uns betty-goals machen, aber... Ja, ich hab ja so... Ja, Mann, so sind so weit, kannst du dir zwei Schellen geben. Ja, ich hab ja so recht. Ich hab ja so recht. Ich hab ja noch nicht für das Spiel, aber. Ich hab ja schon recht gebeten. Ja, ich hab ja recht gebeten. Ich hab ja noch nie gedacht. Ich hab ja noch alle Schüler общем gebeten. Und ich hab ja sonst nicht gebeten. Ich hab ja gar nicht gebeten. Ich hab ja nicht gebeten. Oh, also? Oh, jetzt, jetzt. Futsch es. NAAA! Ja! Das ist das! Yes! Das ist die Scheiße! Oh, Mann! Ja, schreiben Sie ein, bitte! Da gehen die View-Zeit wieder hoch. Jungs und Mädels, sagt deinem Kollegen Bescheid in 5 Minuten. Klingelingeling! Wie hab ich das Ding denn gemacht? Das weiß ich auch nicht. Alter, ich hab keine Ahnung von Tut und Blasen gehabt. Aber Ivra macht es, ey. Ich hab einfach ganz oft hintereinander rausgedrückt. Oh, Mann! Korrekt! Nee, ich gewinn das Ding sogar noch, pass auf! Ja, dann kriegst du sogar noch Halo! Dann krieg ich Halo! Korrekt! Machst du halt so'n Bundle drin wahrscheinlich, aber ich krieg keine Räder. Alter, komm, lang war auch nicht guter, ey. Okay! Boah, was! Lama laufen mich! Wer kann's? Alter, das war ein Traumding, muss ich ja wirklich sagen! Boah! Barito! Füßen ist rechtlich, nur der mit der Kappe! Der mit der schwarzen Kappe! Der mit der Schulter in der Hand! Ja, genau! Die Sache ist nämlich, du hast mir gerade alles erklärt und gerade habe ich nicht eine Sache rausgefunden, die du mir extra nicht erklärt hast. Den tödlichen Fass! Ja, wie du erzählst! Deutschland! Also echt, du hast Loops gesagt, oder? Hier, Loops! Wir nutzen halt! Ah, okay! Was ich zu toll gewaltt habe, war immer... Und... Schelle links, Schelle weg! Schelle links, Schelle weg! Schelle links, Schelle weg! Schelle links, es blutet! Jetzt, Lauf! Lauf! Ibra! Nein! Nein! Da war ich einmal durch. Nein! Ende! Gelände Gewonnen! Ich hab gewonnen, das gibt eine Stelle. Jetzt geht die Views auch wieder sofort hoch Scheiß die Wand an Jetzt gibt's ne Fälle Also, wie willst du's machen? Wir müssen aufstehen auf jeden Fall Dann müssen wir die Kamera nochmal aufstehen Ja, dann machen wir, dann haben wir ja bei mir auch gemacht Oh Gott, ey Hast du dich wirklich rasiert, vorher heute? Nein, Mann Ja, dann fühl ich mich noch seh So, ähm Mal schauen, ob das so geht Alter Oh Ey, komm Rob, komm ordentlich zu da Ja, warte Geht das so, ja, ne? Ja, so ist gut Mikrofon hast du auch an, warte, jetzt kannst du auch rum Ja, Mikrofon kann ich ruhig an die Stelle dran kommen Ey Rob, ey, wollen wir eben Rob Rob, nimm kurz Also, ich geb dir eine, aber hau mich nicht sofort danach eine runter Ja, ich hol nur auf Moment Nein, ey Rob, chill, chill, bitte Pass auf, chill Und egal was passiert Wir bleiben Freunde, oder? Schauen wir mal Ich hab grad mehr Angst vor der Stelle als vor allen anderen Ich hab noch nie jemand eine Schelle gegeben Wie fest du denn? Halt mal deine Hand da erstmal hin Und guck mal Halt mal deine Hand So ungefähr bei dir So Nee, warte, so Okay, warte, wenn ich Also, so So klatscht das schon Hahaha Okay, also, also mit der, mit der Wurft, okay? So Und die Klappe an der Einfluss Seh was? Du musst doch richtig zulagen Keine Frisichelle Ja, ich kann die nicht unnächtig noch Hahaha Okay Aber, Rob Keine Rüchte, die einfach richtig durchziehen Ah Damit ich die Miete schön demnächst dann angezahlen muss Hahaha Ja, Danny, du zählst den Countdown runter Ja Und mach die Augen zu Ich mach die Augen zu Und du musst ein bisschen Richtung da gucken So Nee, das ist zu viel So Ja, das ist gut Und du guckst ein bisschen runter So? Ja, okay So ist okay Und Danny macht den Countdown Los geht's los, okay? Drei Zwei Eins Halt mal 닥 Da die Oh Die war wie immer schon anders als Veine Die hat gesessen, sag ich mal Ja.